so freunde herzlich willkommen zurück zu let's play eldenring in der letzten folge haben wir ja das farm ein bisschen angefangen was wohl auch ganz ganz wichtig ist denn ja ihr seht gegner sind so oder so stark man muss sehr aufpassen alles kann und will er noch irgendwie umbringen und da macht es natürlich nur sinn sich auch gut vorbereitet in den nächsten kampf zu stürzen vor allem eben gegen gegner die man noch nicht kennt oder die man kennt und weiß dass sie einfach zu stark sind ich laufe noch mal ein bisschen rum man hat ja jedoch einen relativ großen open world abschnitt erst mal wenn man quasi aus diesem friedhof austritt aus diesem dungeon hier sind überall totenköpfe ich habe das gefühl dass das nicht gut ist das sind wieder diese üppig großen adler auch die kann man killen nicht schlecht und die werfen auch beute ab vielleicht brauchen wir die sogar flugfeder federtierfuß mit 4 10 aha und ich sehe schon da unten oh mein gott er ist ja riesig ja kein wunder dass hier überall totenköpfe herum liegen ich glaube wir haben sieht aus wie ein werwolf aus 3 wer es kennt grüße ja da aus diesem ding da rechts da kam wer raus haben wir auch viel zeit verbeutet jetzt sehe ich hier aber nicht so die normalen mob gegner rumlaufen also man sieht so ein paar tiere man sieht so ein paar art bosse oder mini bosse also hier sind auf jeden fall mindestens schon mal drei der typ der uns da vor zwei folgen die hölle heiß gemacht hat direkt vorm eingang dann hier diese goldenreiter und hier noch mal dieses werwolf hallöchen dann hier noch mal dieser werwolf typ ich bin mir gar nicht sicher wo wir als nächstes hin sollen wir haben ja da gesehen da ist eine höhle da scheint auch wieder ein boss drin zu sein und da sollen wir wohl auch laut unserer weissagung hin ich bin aber noch nicht so sicher ob das so der richtige weg ist ich würde mir lieber mal ein bisschen mehr rüstung oder bessere schwerter kaufen oder schmieden je nachdem dafür brauchen wir noch deutlich mehr material das ist immer mucht dass man nicht schlagen kann wenn man den bogen in der hand hat führer und torwächter all jener die zu den wurzeln heimkehren ok sieht gut aus sehr gesund diese körperhaltung aber wahrscheinlich kann man da hinten was machen ok naja das war hier bei den schildkröten die war die mal letzte folge abgeschmeckt ab gemurkst haben aber da waren auch diese bösartigen libellen deswegen bin ich hier so ein bisschen guck mal jetzt backt hier wieder alles gell wenn diese schriften da unten sind da kann man nichts machen vielleicht sollte ich dann auch nicht hier random in den fight rennen dass das weg ist vielleicht kann man es auch mit b abbrechen ich weiß es nicht hier sind überall diese diese toten schädel ich habe schon wieder angst dass mich eine libelle verfolgt vielleicht kommen die auch nur wenn man die schildkröten angreift weil die können sich ja auf hinsichtlich nicht wehren ich sehe schon wieder irgendwas flattern ja ja da ist eins was war das ok hier hat jemand gekämpft frage es gegen wen oder was wir nehmen alles mit da oben ist schon mal irgendwas mit einer fackel da auch das scheinen mir aber eher einfachere gegner zu sein ich habe es bei mir zuerst gehört oh das sind aber einige gegner gucken was die so aushalten wenn man trifft gar nichts ah one shot dann machen wir die doch mal weg ich finde den bogen in einem normalen kombat jetzt eh nicht so hilfreich gut dann trotzdem vielleicht auch nicht die pfeile verschwenden also ja so Ah, Feuer ist natürlich gefährlich. Gut, dass es regnet. Vernichten von Gegnergruppen. Vernichtet ihr eine Gruppe von Gegnern, füllen sich eure Flaschen wieder. Die Anzahl der Art der gefüllten Flaschen variieren je nach der Gegnergruppe. Ihr könnt nur so viele Flaschen auffüllen, wie es eure maximale Anzahl erlaubt. Cool. Ja, die waren jetzt noch relativ easy. Wobei auch hier nicht alles immer klappt. Ihr seht, man haut mal daneben, dann verkackt man wieder. Alles so eine Sache. Das Kampfsystem ist, wie ich finde, sehr gewöhnungsbedürftig. Aber das gehört halt auch dazu, dass das jetzt nicht so easy alles hittet. So. Und er hat sich safe gedacht, ich springe hier mal runter. Ja, perfekt. Ja. Ja, ja. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das der Weg ist. Befleckte goldene Sonnenblume. Cool. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt sieht man hier auch auf dem Kompass wieder, wo man ungefähr hin soll. Ja, man sieht auch, wie weit wir abgedriftet sind. Genau. Und hier hat auch der Typ da gezeigt. Also der hat uns quasi diese Sonnenblume da gezeigt. Die wir jetzt auch gelootet haben. Ich guck' noch mal. Ich guck' noch mal. Ja, jetzt haben wir wieder full Tränke. Aber wir waren eh, ja, resettet. Ja. Bisher brauchten wir die auch nicht. Wobei wir auch schon gut eingesteckt haben wieder. Dann gucken wir mal. Wir haben 155 Dingens. Da unten ist halt so ein komischer Boss. Ich weiß nicht, ob der zu krass ist wieder. Wahrscheinlich schon. So wie ich das Game kenne. Und ich weiß halt auch nicht, ob wir von dem irgendwie fliehen können. Aber wir müssten ja an dem vorbei. Um hier unten was zu machen. Genau. Deswegen mal schauen. Und hier versuche ich mal. Fuck. Nein. Ich habe auch gar nicht mehr viele Pfeile. Okay. Naja, vielleicht können wir ja an dem vorbei, ohne dass der uns angreift. Warum eigentlich nicht? Warum sollte man alles hier töten? Boah. Bestienleber. Krass. Ja, die waren jetzt geschenkt. Auch wenn die sehr süß sind. Ich habe hier eigentlich nicht so... Man muss hier alles vernichten. Also... Hm. Ja. Scheint nicht anders zu gehen. Der sieht sehr mächtig aus. Ich würde ihm ungern in die Quere kommen. Boah. Ja gut, dass der Fallschaden hier nicht so tragisch ist. Also ich glaube, in The Witcher 3 wäre man jetzt tot. So, wir gehen mal in Deckung. Vielleicht dreht er dann um. Weil ich kann mir vorstellen, dass es gegen diesen Gegner sehr schnell, sehr schwer wird. Weil der einfach riesig ist. Der schwingt da einmal mit seinem Schwert durch. Dann bist du weg. Ich glaube, wir sind ja auch noch nicht für alle Gefahren gewappnet. Also bei weitem noch nicht. Also er dreht um. Wir schleichen uns mal weiter vor. Okay. Hier sieht es auch sehr interessant aus. Boah. Hier so an diesen Klippen. Nice. Und da sind auch so viele von diesen Adlern. Da unten. Äh. Ja. Genau. Was auch immer das ist. Ähm. Irgendwie sind ja nicht so viele Bots zum Farmen. Man muss wirklich irgendwann schon hier gegen die größeren Geschütze antreten. Aber vielleicht sind wir auch gerade an der Stelle, wo wir einfach nicht hingehören. Und lieber nicht hin sollten. Ich weiß es nicht. Das Spiel gibt einem ja relativ wenig hier voraus. Das heißt nur. Ja, hier könnte man mal hin. Hainhöhle. Hätten wir wahrscheinlich mal hingekonnt. Also hier sollen wir wahrscheinlich gar nicht hin. Aber vielleicht ist das auch genau die Idee. Dass wir jetzt hier fett looten und dann sind wir einfach overpowered. Wenn wir zurückkehren. Das ist zumindest. Zumindest ist das meine Hoffnung. Ähm. Weil alles andere würde den ganzen Quatsch hier eh nicht rechtfertigen. Was ist denn das da unten? Das ist wie eine Spur. Soll die uns leiten? Oder verleitet die uns nur ins Grauen? Hallo? Hm. Irgendwo führt sie hin? Hier. Ja. Eine Warnung. Feuer versuchen. Ich sehe Feuer da hinten. Ist das ein Feuerfeind? Oder muss ich Feuer machen? Ich habe keine Ahnung. Ein weiterer Händler? Oder ein Gegner? Das könnte ein Gegner sein. Es ist ein Gegner. Und wir konnten ihn aus dem Hinterhalt erledigen. Schwelender Schmetterling. Und ich bin mir sicher, damit konnte man irgendwas bauen. Streifen weißen Fleisches. Wahrscheinlich. Und dann Todes. Naja, wenn man den natürlich nicht aus dem Hinterhalt erledigt. Oder man das verkackt. Dann hat man natürlich ein Problem. Aber gut. Ich glaube, das war nicht schlecht. Jetzt müssen wir nur wieder auf dem Rückweg. Die sind ja schon wieder. Irgendwie am Wasser schon wieder irgendein Vieh. Wo ich gar keine Ahnung habe, was das sein soll. Boah. Und auch hier liegt... Was liegt hier rum? Ein weiterer Schädel, der leuchtet. Da hinten ist ein ganz gruseliges Vieh. Ich glaube, da sollten wir uns gar nicht dran wagen. Aber hier war ja noch was mit Feuerversuchen. Das lassen wir mal für später. Ich weiß auch nicht, was man hier noch blündern könnte. Vielleicht hier unten bei dem Kollegen. Junge, das sind zwei davon. Da gibt es ja wirklich safe hier irgendwas. Ich weiß nicht, wie nahe wir noch ran können. Und oben links sieht man schon den nächsten. Ich weiß auch nicht, was die können. Ob die uns mal einen One-Shot über die Map wegballern. Vor allem, wenn das zwei sind, sollte man sich da wirklich nicht anlegen, so leichtfertig. Hier gibt es auf jeden Fall eine Notiz. Ah, ne. Ruinenfragment. Cool. Vielleicht kann man ja hier irgendwo rein. Ah, hier gibt es auf jeden Fall Ruinenfragmente. Ist das Ding hier noch lebendig? Ne, ist ein Baum. Okay, hier kann man Ruinenfragmente looten. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was sie bringen. Aber gut, gut. Sehr gut. Dann laufen wir noch ein bisschen weiter hin. Ihr seht, es ist so eine richtige Reise. Man kriegt ja nichts gesagt, nichts vorgesetzt. Man kann das hier spielen, wie man will. Man stolpert natürlich auch ein bisschen dann in den Fragezeichen herum. Was man jetzt hier machen soll und was vielleicht auch nicht. Aber das mag ich irgendwie auch ein bisschen. Es gibt so ein bisschen Reiz. Und da scheinen weitere Gegner zu sein. Zwei Stück. Drei Stück sehen relativ stark aus. Was haben wir die noch nicht ges... Fuck. Okay. Sie haben nicht unendlich Leben. Vielleicht sind sie trotzdem. Das sollte keine Frage sein. Oh, Bro. Ich verkack das immer mit diesem Konterschlag. Oh. Okay, vier Stück. Ja. Ja, okay. Oh, 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 oh. Jetzt einmal trinken. Ah, fuck. Jo. So. Regenbogenstein. Krass. Okay. Das war ein bisschen knapp. Aber YOLO. Oh. Höhle voraus. Oh. Ja. Man sieht's. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich in die Höhle rein möchte. Küstenhöhle. Küstenhöhle. Ja, mal gucken, ob hier irgendein... Ja, genau. Den suche ich. Gnade berühren. Dann können wir immer noch später zurückkommen. Weil wahrscheinlich... Die Höhlen sind ja dann auch immer Dungeons und alles. Ah, hier ist es auch sehr dunkel. Hier bräuchte man dann wahrscheinlich die Fackel, die man, als ich auch craften konnte. Also hier ist es sehr dunkel. Hier möchte ich jetzt auch ungern im Dunkeln gegen unbekannte Gegner kämpfen. Aber dank dieser Gnadens-Dings kann man ja hier nochmal schnell reisen. Und das glaube ich ist auch für die Zukunft das Einfachste. Einfach mal ein bisschen gucken, wo ist was. Starke Gegner meiden, schwache Challenger. Ihr seht ja jetzt, das waren auch im Grunde vier relativ schwache Gegner. Man hat trotzdem ein vier Stück. Die weichen gut aus. Man hat so sein... Das wollte ich nicht machen. Man hat so sein... Sein Schaff. Auch mit denen gehabt. Das ist doch ein Händler wieder, oder? Ist der gutartig. Wolltest du auch sagen. Okay, der verkauft uns... Eine Keule und einen besseren... Eine bessere Keule. Oh, das Breitschwert. Ne, boah, das wäre natürlich... Das wäre natürlich schon schmackhaft. Was haben wir da für 600? Ein riesiges Buch. Wir haben hier sogar die Schmiedesteine. Handbuch des Rüstungsschmiedes. Erweitert das Handwerksrepertoire. Ich weiß nicht, ob ich mir das kaufen soll. Ich glaube, wir machen es. Kostet zwar alles, was wir haben. Äh, du kannst mir nochmal zeigen, was ich verkaufen kann. Ich möchte natürlich auch keine Crafting-Sachen verkaufen. Genau, das hätte ich mir nämlich gedacht. Ähm, was geben die? Zehn. Die geben auch zehn. Und die geben... Naja, okay. Das ist kein Vermögen, was man hier macht. Aber besser wie nichts. Natürlich hätte ich mir jetzt auch gerne das Schwert gekauft. Aber, ja, man weiß es ja nicht. Ich glaube, am Ende des Tages ist es vielleicht besser, wenn man sich Sachen craften kann. Irgendwie. Er hat halt die Schmiedesteine. Vielleicht sollte ich die echt nochmal kaufen. Weil ich habe die bisher noch nicht gesehen, außer das eine Mal, in denen wir sie einsammeln konnten. Und was sind das für Viecher? Bleh. Wow. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Okay, der kann sich so aus... ...ploppen wie so ein Kugelfisch. Junge, was ist das? Ja, der machen wir gar nicht so viel Schaden. Hm. Klar, wenn man drüber schlägt. Ja, aber der scheint jetzt auch nicht so viel zu können. Ja, ich habe es gesagt. Der hat zum Glück nicht gezählt, der Treffer. Aber ich meine, er hätte uns schon... Ich glaube, zum Glück kann er nichts schießen. Sonst wäre er, glaube ich, richtig dreckig. Er hält aber sehr viel aus. Richtiges Bulles-Bonsch. Aber... ...steht hier. Zauberei versuchen. Ja, ich kann nicht zaubern irgendwie. Ich bin nicht in der Lage dafür. Haben wir hier noch jemanden? Nee. Okay. Oh. Fuck. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Warum hat er einen Pferd gehabt? Kriegt man das, wenn man den goldenen bezwingt? Oh, ich glaube, hier habe ich mich rein manövrieren lassen. Geisterquellen-Sprünge. Macht zu Pferde in der Nähe einer Geisterquelle einen Sprung, um auf einem Strom durch die Luft zu reiten. Wenn ihr zum Pferde in einer Geisterquelle springt, nehmt ihr auch aus der großen Höhe keinen Schaden. Ich habe keinen Pferd. Fuck. Das war absolut der falsche Gedanke. Aber wir haben ja noch einen Trank. So, jetzt müssen wir weg. Ja. Würde ich jetzt auch sagen, kann man eigentlich schnell reisen? Aber man kann ja eh nicht pausieren. Ja, die lassen jetzt auch nicht locker, die zwei, gell? Naja. Dann komm. Warum haut denn der zweimal zu, der Esel? Ah. Kick mir dir. Oh. Oh, fuck. Baut sich wieder zusammen, der Hund. Ach, nee, Digga. Der hat also einen ekelhaften Angriff, dass er zweimal mit dem, mit dem Speer haut. Da versuche ich mich jetzt aber wirklich mal so Affäre zu ziehen hier. Das muss nämlich gar nicht sein. Ich trete den langen Rückweg an. Ist er weg? Hoffen wir es mal. Ja, weil das muss ja wirklich nicht sein. Wir haben ja schon einiges entdeckt in der Folge. Ich würde jetzt doch nochmal zurück zu dem Händler hier gehen und dem vielleicht die Schmiedesteine abkaufen. Weil damit könnten wir auf jeden Fall was verbessern. Hier hatten wir eine Höhle. Da gehen wir auch irgendwann nochmal hin. Die Höhlen sind ja dann so Dungeons. Das heißt, da ist man immer so ein bisschen beschäftigt. Kann nicht so viel machen. Aber ich glaube, wir, ja, als nächstes müssen wir in diese Hildes-Höhle. Auf jeden Fall zeigt da der Quest-Marker hin. Aber bis dahin hat es ja noch Zeit. Ist die tot? Ja. Krass, dass die hier noch rumliegt. Und dann spielen wir die schon die Spawn. Und wir sehen ja da oben auch ein Schloss. Da sollen wir ja anscheinend dann auch hin. Hm. Das sieht einfach cool aus, das Spiel. Muss man, muss man sagen. Aber es ist halt leider auch wirklich immer so eine Sache. Jeder Gegner, den du hast, du musst es abwägen. Gehe ich in den Kampf? Will ich das? Habe ich die Ressourcen? Man ist sehr, sehr, sehr nachdenklich, sehr vorsichtig. Weil wenn du es nicht bist, dann stirbst du halt ohne Ende. Da hast du halt auch keinen Bock drauf. Und ja, man muss so alles abwägen. Und jeder Gegner, der auch nur so ein paar Prozent zu stark sein könnte, da wird jeder Kampf mal ganz schnell, ganz, ganz knapp, Und man kann den natürlich auch verlieren. Jetzt laufe ich hier mit Half-Life rum. Im Grunde habe ich keinen Heiltrank mehr. Und ja. Ah, jetzt habe ich auch gar nichts mehr gekauft. Sie ist jetzt bin ich an dem vorbeigelaufen. Aber ich habe den auch irgendwie nicht gesehen gerade. Na, jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir an dem vorbei? Das letzte Mal sind wir ja einfach runtergesprungen. Das geht natürlich jetzt nicht mehr. Der sucht nämlich schon. Nee, mach jetzt kein... Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ha. Genau. Wow, wow. Bro. Piss dich. Alter, der erinnert mich an Valheim, den zweiten Boss. An den alten. Nur der ist deutlich schneller wie der. Und kein Baum. Spring. Bleib da unten. Schwein. Verdammt. Jetzt läuft er uns hinterher. Kann man die Bosse gegeneinander aufheizen? Nee, die kämpfen immer zusammen, ja. Warum hat er uns denn gesehen? Wir waren ganz eindeutig hinter der Deckung. Ja, perfekt. Ich werde mich nicht dir stellen, Bro. Das wird nicht passieren. Kannst du hier noch so rumbrüllen. Fuck. Ja, ist mir egal. Dann wirf halt deine Kacksteine. Oh. Fertig. Ich nehme mich raus aus der Aktion. BTF. Warum hat er uns gesehen? Wir waren hinter einem Stein. Das ist jetzt aber mal fast ganz schief gegangen. Aber sehr schief. So. Dann geht's wieder hier hin. Und wir rasten jetzt erstmal eine ganze Zeit lang. Das könnt ihr aber glauben. Also. Zeit vertreiben. Bis zum Morgen, ey. Dass der sich da unten wieder beruhigt. Und da müssen wir gucken, wenn wir hier angreifen können. Ob wir den Rittertypen angreifen. Oder ja, komm. Sind wir ehrlich. Lassen wir das einfach. Das führt ja dann doch zu nichts. So. Den Schmiedetisch benutzen. Jetzt fehlen uns wahrscheinlich die. Ja gut. Jetzt fehlt unser Alles im Moment. Warte. Weren't you? Well, you're back. Ja, die Rüstungsteile wären jetzt eigentlich ganz gut. Für die braucht man eigentlich auch nur das Geld. Aber das ist schon teuer alles. Ja, hm. Schwierig. Wunderers all have long been spurned by the grace of gold. Which is why we cannot settle. But instead are forced into this pitiful, unceasing journey. But thanks to that, things are not so different for us now. Though the Elden Ring is shattered. I think this makes us kindred spirits of sorts. Your people were tarnished. And mine. Ja, sehr cool. Kann man den Esel hier benutzen? Ne, der gehört ihm. Dann lassen wir das auch. Ja, wir haben ja schon einen von diesen Händlern wieder gefunden. Da unten am Strand. Wobei ich das auch nicht die schönste Gegend fande. Deswegen gucken wir mal, wo wir eigentlich hin sollen. Weil das Licht zeigt ja in die Richtung. Oder auch nicht. Ach ne, was ist das? Hm. Naja, wir laufen mal dumm hin. Ah, da ist auch wieder der Goldene Ritter. Aber der sieht mir echt zu strong aus. Das Ding ist halt auch, immer wenn man im Fight ist, muss man in dem Fight erst herausfinden, wie der Gegner so kämpft. Und meistens hast du dann schon ein, zwei Hits sitzen und dann kommst du auch oft aus den Kämpfen gar nicht mehr raus. Dann bist du halt tot. Das ist halt nicht so nice. So, also hier unten anscheinend. Das ist aber ein ganzes Stückchen noch. Ja, okay. Ja, ich seh da hinten ein Lagerfeuer. Ähm. Mal gucken, wo wir hier runterkommen. Weil ich glaub, wenn ich hier jetzt runterspringen, bin ich auch nicht besonders lebendig dann. Ich glaub, das ist auch keine Quest, aber ich, wie gesagt, ich blicke hier noch so langsam nicht durch. So. Ja, aber gut, bei den Flugviechern vorbei. Hm. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich würd sagen, wir gehen mal in diese eine Höhle, die wir relativ zu Beginn gefunden haben, die da weiter hinten ist. Ich halte das hier alles jetzt nicht so für den Weg, weil ich einfach die Gegner auch nicht kenne. Und kann natürlich auch sein, dass man jetzt in irgendeiner Höhle landet, wo man dann geforst wird gegen zu starke Gegner zu kämpfen. Das kann auch sein, aber ich geh einfach mal das Risiko ein. So. Ist ja auch krass, weil es ein Spiel ist, was im Grunde einfach mal das HUD weglässt. Also man kann es natürlich immer wieder reinholen. Aber man soll schon immer mal ohne spielen. So, und das Ganze ist jetzt hier. Wo war in die Höhle? So, hier. Ich hör was. Hm, das war dumm. Hä? Ne, das ist doch gar nicht die Höhle. Die Höhle war doch da hinten. Aber zum Glück sind ja auch wieder ein paar Gegner respawn. Natürlich könnte man jetzt einfach die Gegner immer killen. Dann halt... Die Farmen. Ging ja auch, weil hier relativ wenige, sag ich jetzt mal so... ...einfachere Gegner sind. Wobei auch das... ...Betrachtungssache ist... Boah. Das nenne ich mal einen One-Shot. Oder One-Strike. So, und hier war noch einer. Was ist denn? Hä? Ist noch einer mit ner Fackel? Ja. Ja, okay. Hab ich verkackt. Da ist wieder der eine am Lagerfeuer. Vielleicht laufen wir auch einfach weiter Richtung Schloss. Ich mein... Zumindest sehe ich hier halt normale Mobs. Links und rechts vorm Pfad eher nicht. Hier haben wir wieder ein Ruinenfragment. Hier auch. Ich hab keine Ahnung, was diese Ruinenfragmente sein sollen. Boah, ich glaube, sie sind ganz stark. Ist hier noch was? Nee. Okay. Oh. Aber auch hier vorsichtig. Nicht einfach runterspringen. Man weiß nie, wie der Fallschaden sich auswirkt. Vielleicht ist das auch ein Gegner oder irgendeine Bombe. Ich traue dem Spiel alle fiesen Sachen zu. Man denkt, oh cool, was zu looten. Oh mein Gott. Auch hier wieder ein relativ easy, angeblicher easy Gegner. Verkackst. Oh. Was ist denn mit dem los? Okay, jetzt. Okay. Ich bin, glaube ich, einfach das letzte Mal falsch abgebogen. Hier sind echt viele Gegner, die man mitnehmen kann. Und hier. Was bist du? Mein Gegner. Oder? Ah nein. Dieser Käfer. Will ich nicht hergeben. Hängst du fest? Nein. Bleib hier. Ah. Tränens Karabäen. Es gibt Pupur-Tränen und Himmelstränen. Karabäen. Besiegt sie, um die ihrem Typ entsprechenden Flaschen aufzufüllen. Ihr könnt nur so viele Flaschen auffüllen. Okay, dann hätten wir uns den eigentlich sparen können. Oh. Ein Schwein. Ob der One-Shot war. Was ich mich halt frage, wenn man stirbt, verliert man ja auf jeden Fall seine Runen. Aber verliert man auch die anderen Inventar-Items? Weil das ist ja eigentlich die interessantere Frage. Maus, glaube ich, echt alles killen. Weil du brauchst sicher diese ganzen Gegenstände irgendwann mal. Wofür auch immer. Ah. Okay. Guckt mal. Hier ist eine Art Dorf mit Gegnern. Ich weiß nicht. Ich bin schon ein bisschen angeschlagen. Ich trinke auch nochmal einen Trank. Das Ding ist halt, meine Leben sind immer noch übelst low. Das finde ich ein bisschen meh. Und da ist auch noch ein Gegner. Das ist auch wieder ein Wildschwein. Okay. Geil. Was macht der denn da? Ja. Okay. Ah, hier ist die Höhle. Die ich die ganze Zeit gesucht habe. Oder war das die? Ja, die Hainhöhle. Genau. Die David Hainhöhle. Dann rasten wir hier nochmal kurz. Aber ich glaube auch die Höhle ist nicht so die beste Idee. Weil ich sehe schon, auch hier wird es dunkel. Ja. Ich glaube die Höhlen sind generell ohne Fackeln nicht so die geilste Idee. Okay. Ja, 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 ja. Hier wird es auch wieder extrem dunkel. Ja, wo? Komm. Wir versuchen es mal. Okay, hier sind Hunde. Drei Stück sogar. Ja, okay, okay. Höhlenboos. Ja, man kann es mal probieren gegen die. Oh, fuck. Versteckspiel ist vorbei. Ja, okay. Ja, okay. Der war auch easy. Okay. Der nicht. Fuck. Warum war denn der eine jetzt so schwer? Ach. Verdammt, jetzt muss ich meine ganzen Runen da rausholen. Aber jetzt ist es auch gar nicht so schlimm. Wir haben jetzt relativ lange überlebt. Ich glaube für das Spiel ist es schon ganz gut. Jetzt die Frage aller Fragen. Was haben wir verloren? Okay, wir haben aus unserem Inventar eigentlich nichts verloren. Oder? Oder doch? Bin ich jetzt gar nicht so sicher. Haben wir noch diesen Schleifstein? Wir hatten ja auch Knochenfeuerpfeil. Hatten wir die überhaupt? Achso, wir können die herstellen. Okay. Äh, Inventar. Ah, guck mal. Ja, wir haben doch noch alles. Das heißt, man verliert im Grunde nur sein Geld. Wenn man so möchte in dem Game. Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns das doch in der nächsten Folge zurück. Weil das gibt mir schon mal ein bisschen Ruhe, dass man auch mal sterben kann. Bis dahin. Macht's gut. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr Elden Ring folgen und was auch immer sehen möchtet. Und jetzt hat es für mich immer noch eine Menge Spaß gemacht. Weil es sind eigentlich fast die gesamte Folge fast nicht gestorben. Bis halt jetzt am Ende leider. Aber ich glaube, wenn man die mit Pfeilen macht, dann sind die easy. Also, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.